Was ist die Veranstaltungsreihe Innovatia? Mit unserer Veranstaltungsreihe Innovatia sind wir heute in Würselen. Mit der heutigen Veranstaltung möchten wir kleine und mittlere Unternehmen dafür sensibilisieren, sich einmal strategisch mit der Zukunft ihres Unternehmens auseinanderzusetzen und da gezielt mit der Bedeutung von Innovation im Unternehmen. Dazu haben wir drei Referenten eingeladen. Zum einen werden wir einen Workshop mit den Unternehmen durchführen, wo es um die Ideengenerierung geht. Zum anderen haben wir von der Innovation Factory den Herrn Dr. Dölle dabei, der zeigen wird, wie in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschule-Forschungseinrichtungen Innovationen generiert werden können. Und zum Schluss haben wir noch einen Unternehmer hier aus Würselen, der uns zeigen wird, wie Innovationen ganz praktisch in seinem Unternehmen umgesetzt werden. und natürlich alles in der Zukunft. Wir verarbeiten können, wie Lauren Eintracht und die cm- circlesieheisen durchführen, Wir haben Dölle dabei, und wir kann mit ihnen kommen kommen, an der Samurai-Nümerkart und eine gewisse beteite. Untertitelung des ZDF, 2020